Oh yes, ich habe immer ein mega Problem gehabt, um den Trail zu finden. Oh, es ist heiss, wo sie Anknack ziehen. Dropping in, dritter Run auf der Alliance. So, jetzt machen wir mal eine Ridge Eigenkreation. Oh yeah, das sieht echt geil. So geil ist. Jetzt fahre ich da gerade. Heyo, welcome back zu einem neuen Sander-Smith-Vlog. Ich befinde mich hier, gerade auf einem Roadtrip mit meinem Van. Wo ich nämlich schon seit über 2 Jahren wohne. Keine feste Wohnung mehr. Und jetzt hat es mich wieder einmal ins Süden gezogen. Wir haben Februar, Mitte Februar und ich bin auf dem Weg nach Spanien. Jetzt gerade in Italien, kurz vor der Grenze von Frankreich. Hier oben bin ich nämlich gerade vor dem Tunnel gestanden, wo ich hätte 177 Euro zahlen, um da durchzufahren. Dann habe ich gedacht, nee, mache ich nicht, drehen wir um. Andere Weg. Und dann habe ich schon beim hochfahren da so einen geilen Wald gesehen. Dann wollte ich sehr gerne den ansehen. Und jetzt auf dem Rückweg habe ich mir schnell den Abstecherli in das nächste Dörfli. Und bin da auf so einem Kiesweg hintergefahren. Und wie ihr vielleicht im Instagram ja schon gesehen habt, habe ich BF Goodrich All Terrain Reifen auf meinen Van drauf. Es sieht recht lustig aus und komisch. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut. Und ich musste ja gerade einmal ordentlich testen hier. Ja. Dann habe ich da so ein paar Spuren in der Wiese gesehen. Da sind sie öfters ein bisschen neben draussen am Fahren. Da habe ich gedacht, das gehe ich mir jetzt auch mal. Bis jetzt funktioniert es recht gut. Da startet der Van. Stoked. Der Plan ist, all the way to La Fena Sosa. Ich habe gestern Abend gerade Shuttles reserviert für übernächste Wochenende. Und das ist so der nächste Plan. Jetzt weiss ich noch gar nicht genau, wo ich herfahre so richtig. Ich habe jetzt einmal 4Riders Bike Park in Spanien eingegeben. Jetzt einmal ziemlich schnell in den Süden und auf dem Rückweg. Nachher wieder zurück hinauf. Dann so ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ein bisschen gemütlicher. Und noch ein bisschen nebendurch an all die kleinen Sachen. Auch noch anschauen. Und Riding Spots abchecken. Da hinter mir. Ein anderes gutes Stück, das ich gerade noch vor dem Road Trip umgebaut habe. An meinem Van. Und zwar das riesen neue Dachfenster. Vorher nur das kleinesste drin hatte. Ein 40 auf 40 vielleicht. Und jetzt ja. Ein richtig richtig geiles Highlight. Dass ich durch das Dachfenster auf das Dach steigen kann. Das finde ich richtig cool. Ich sitze schon das erste Mal hier oben auf dem Van. Und es hat sich sowas von gelohnt. Ich hätte das schon viel früher machen müssen. Vom kleinsten zum grössten Dachfenster. Und jetzt geht es weiter Richtung Spanien. So Routenänderungen sind eben auch gar nicht einmal so schlecht. Ich fahre da gerade durch so schöne Täler. Durch das Skigebiet von Frankreich. Ich möchte am liebsten überall anhalten. Überall Fotos machen. Überall noch in andere Täler hinterher fahren. Dort hinten sieht man einfach einen knallroten Fels. Oh es ist so geil. Aber der Plan ist halt noch heute durch ganz Frankreich durchzufahren. Bis auf Spanien. Das wir auch mal sicher ein bisschen Wege hinter uns haben. Wunderschönen guten Morgen zum Tag 2 von meinem Roadtrip. Bin schon da unten geflogen. In der schönen Morgenstimmung. Und jetzt kommt dann langsam die Sonne. Wunderschönes Tagli. Gehündet sich da. Blauer Himmel. Und ja. Wir sind natürlich nicht dort. Wo ich eigentlich ursprünglich nachher fahren wollte. Wir sind nicht in Spanien am 4 Riders Bike Park. Wir sind da. Dinier Le Bain. Bei den Black Hills. Nein. Evo Bike Park. Und ja. Es hat mich einfach angeschissen. Noch so lange Autofahren. Darum bin ich jetzt hierher gekommen. Weil ich gemerkt habe. Ah ich fahre eigentlich ziemlich nahe nebendurch. Und für was ich so einen Stress mache. Ist doch viel cooler von Spot zu Spot fahren. Jetzt sind wir da. Dort oben sind die anderen. Die ich gestern Abend noch getroffen habe. Die Retichi. Die sind auch da gestern Abend noch angekommen. Mit denen gehen wir heute hier. Die Black Hills Square Kunden. Da hinten. Die Sonne streift schon. Die schwarzen Hügel. Jetzt sind es wirklich schwarz. Weil es gerade noch reingeregnet hat. Äh gestern oder so. Es sieht richtig richtig cool aus. Und jetzt machen wir uns bereit. Hahaha. Oh Mann. Wie cool ist das. Dort unten ist mein Bus. Direkt aus dem Bus raus. Mal alleine fahren. Wie cool ist das. Oh yes. So. Ich war schnell bei den anderen. Gute Morgen sagen. Dort unten ist mein Bus. Sie brauchen noch eine Stunde. Und jetzt gehen wir hier mal. Reko betreiben. Mal auschecken. Was es also gibt. Dass wir nachher mit dem downhiler noch können. von Freeride Lines schreden Wenn ich es vermisst habe heute 20 Grad angesagt es ist jetzt schon fast zu warm um mir Jacke zu fahren recht doch nass dafür sieht es richtig geil schwarz aus und wir sind da und wir sehen schon die ersten anderen Reifenspuren das dritte Mal als ich da bin und jedes Mal ist es einfach geil und so speziell um sich in diesem Gebiet zu bewegen und wie wir jetzt da gerade sehen es ist doch nicht ganz ungefährlich, weil wenn man irgendwo mal schnell kommt, wenn man nicht weiss was hinten dran ist, kann man eben doch in so ein Taubel in so einer Taubel, in so einer Schlucht da ja es hat doch überall ein bisschen die Wegeweiser da das weissrote Ding und man sieht auch viele Locals mit E-Bikes am Laps machen das ist einfach der Dream oh yes wenn ihr wissen wie steil das da gerade ist Sattel komplett unten und ich habe erstaunlich viel Grip klar, ich habe ein bisschen weniger Luft da hinten hinten aber oh ist das steil da fahren wir nachher runter dort hinten ist mein Bus dort sind die anderen da bin ich gerade senkrecht hochgekommen oh ich bin stoked es ist heiss ich muss die Jacke abziehen jetzt schon am Morgen gut, jetzt haben wir dann auch schon 10 Uhr die anderen haben gesagt, sie brauchen noch eine Stunde darum bin ich jetzt da schon ein bisschen gegangen lustig ist noch gewesen, gestern als wir uns so vorstellen sage ich so Sandro und dann der andere so aber nicht Schmied haben sie einfach mich schon gekannt von Youtube und der Plan ist jetzt eigentlich zum mal heute da bleiben und morgen gerade auch noch weil sonst bin ich immer so in dem Hustle drin gerade wieder weiterfahren nie chillen nie ruhen immer weiter zum nächsten Spot und das wird dich das mal ein bisschen ändern um so ein bisschen zu spüren wenn ihr wisst was ich meine um ein bisschen runterkommen ich geniesse einfach die Ruhe das Vogelzwitschern da ich werde irgendwann noch gar nicht losfahren aber das machen wir jetzt haha weil ich bin sicher ich finde den Weg sicher am ersten Mal nicht jetzt muss ich wieder da ein bisschen rüber und Ridersandra Schmidt Dropping in haha Selfmade Rampage da sieht man meine Line wo ich rauf gefahren bin das ist vielleicht gar nicht so schlecht wow es ist steil aber der Boden ist so weich und griffig ich kann schön rumdriften ja ein bisschen Pussy Speed hier gerade ein bisschen langsam ach zum Glück habe ich da meine Spur wo ich rauf gefahren bin haha das ist gerade noch echt hilfreich wow aber stell dir vor mit dem Downhiller hier alles rauf zu tragen von dem her ist eben die Bike schon geil uh und jetzt bin ich da wow dead end haha Sackgasse hätte ich dort rechts gehen ah rechts am Abhang wow haha das habe ich ja gemeint der ist nicht einfach irgendwo abziehen das habe ich ja gemeint die Jacke um den Bauch gebunden wie früher in der Schule ach ach okay kann ich nicht gehen einfach die Spuren an da oha da hat es einen Kicker und dort nochmal einen aha aha da hat es also schonmal eine Line ich habe die Schaufel auch mit die kann ich dann später her holen falls wir da irgendetwas noch shapen müssen müssen aha aha und schau mal was wir da gefunden haben einen verdammten Kicker mit einem Run in dort Step down runter und da ein dort oben die Landung schade ist einfach dass es ultra muddy ist es ist so weich man ist so langsam aber wow dort hinten nochmal einen Kicker ich glaube ich habe das Zeug gefunden hier haha aber seht ihr die Ratschen da oben das wäre eben auch krank um das zu fahren so zweiter Versuch auf dieser Line ich vertraue mir selber noch nicht so dass ich weiss wo es durchgeht weil boah schaut euch das an und es ist so greasy unten drin links und rechts geht es einfach runter so da und jetzt gehen wir da in den Kanal und step down ha 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 oh yes so Line number three I'm on top und auch wieder zweiter Versuch und wir droppen in und nachher muss ich dann doch noch die Plätze drauf weil am Schluss wird es doch noch steil und dann schaffe ich es doch nicht zum Ganzen auf zu fahren dann muss ich mich über die Stossen bin ich froh habe ich Schiebhilfe aber dann h das spritzt am Anfang alles um vomhoffern Jetzt fahren wir noch mal die hier rechts. Jetzt machen wir noch eine Ridge Eigenkreation. Ich fahre die hier vorne hoch und sehe dort die Spuren. Jetzt gehen wir hier gerade aus. Das ist meine Spur vom Haufen fahren. Eher langsam. Oh du Allerride. Er ist gerade versunken. Jetzt haben wir hier die Track Rail Gang. Rudi auf dem gleichen wie ich fast. Farblich auf jeden Fall. Und Daniel. Auch auf dem Track Rail. Projekt 1. Sehr nice. Und mit Coil. Du hast mich im YouTube Video erkennt. Ja. Und nur wegen den Zähnen. Nur wegen dem Lachen im Dunkeln. Ich sehe schon keiner. Ich habe die Zähne an. Immer das hier. Jetzt sind wir hier am Labs machen. Jetzt gehen wir nach hinten noch ein bisschen exploren. Let's go. Ja. Jo. Ich habe das übrig gut gemacht. Going für den found руки. Ding einfach. Ich habe es ein seven stock- und illegitist. Du kannst es. gleichzeitig hinter dir fahren. Ich werde das jariausende mit Laupen pleinen nehmen. Damit coffin es hier nicht frontschraben. Ich kann es nicht sofort raus. nochmal da bei der anderen allein die einfach so geil ist jetzt fahre ich da gerade aus auf meine eigene ridge jetzt kommen die anderen auch das sieht so cool aus wir sind wieder zurück nach einer langen ausgiebigen mittagspausen siesta könnte man fast sagen wir sind wieder zurück in den hills auf der suche nach freeride lines rucksack haben wir gepackt akkus noch mal ein bisschen geladen sie haben sogar neue rein ich habe meinen noch ein bisschen geladen 80 prozent habe ich nach 1000 höhenmeter und der rucksack ist gepackt für nachher noch kleine tour vielleicht nach hinten runter auf die rein leben und wieder zurück und mal schauen wird cool jetzt ein max lens mode montiert für mich wide angle und jetzt schreden wir da mal den hang runter oder? Rudi fährt nochmal nach hinten an ich glaube das hat er noch ein bisschen zu weit oben ja jetzt ist er da unten langsam in den kennel hinein jetzt da hoch und über die ridge runter wow what a line in die landung vor dem kränksten sprung den ich je gesehen habe oh mein gott ja haha ah da ist schon sick da drüben ja es sieht so surreal aus da hochfahren action gonna follow Rudi now oh yeah ist das echt geil wie ist das? hahaha aber wie ein skifahrer von jetzt hier in das kleine kennel ja yes er hat einfach das gleiche rail wie ich da so so sick nicht so da drüben wenn man auf den sprung zeichen rechts also nur rein ah da ist er ja jetzt rechts rüber zeichen haha kleineses baby ding da yoohoo oh yeah ha 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 yes sir nice boom jetzt wow das war geil mit den beiden Daniel der zahnarzt infront ha 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 jetzt gehen wir zurück in den rucksack holen und nachher gehen wir rüber ha ha der links wie da yoo so und alle wieder auf den trail wie gesagt es hat Hura ähnlichkeiten mit Ski free ride backcountry nur ist es weniger gefährlich Es ist keine Lawine. Schön warm. Du kannst einfach wieder hochfahren. The dream. Ah, dusty trails, wie ich es vermisst habe. Finally back. Und da sind wir. Wir sind jetzt auf der Tour. Wir sind hier über den Hügel hinteren. Und jetzt in Richtung deinem Leben. Einfach nur in diesem Gelände unterwegs. Irgendwo ist ein Ruffli angezeichnet, wo es ungefähr durchgeht. Du kommst wieder ein bisschen auf den Weg. Recht cool da. So, ich habe Langst. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es eine recht grosse Tour wird. Und dass es bei mir am Schluss eng wird mit dem Akku. Ich habe nur noch 50%. Ich fahre eh schon die ganze Zeit nur im Tour. Hier haben wir gerade richtig geile Aussichten über das ganze Gelände. Dort vorne, Dignes LeBan. Dort unten wieder ein riesiges Meer. Eine Wüste. Von diesem Schiffergestein. Dort fahren wir nachher unten durch. Dort rechts, glaube ich. Hier sieht man sogar den Trailer. Und die Boys sind schon voraus. Jetzt haben wir den GoPro Akku wechseln. Ich habe das Gefühl, die Tour wird noch zahlt. Weil sie ist recht gross. Und ich habe nur noch 50% Akku im E-Bike. Jetzt wird wieder ein Adventure. Die Platten gefahren, recht gross. Aber ich habe zum Glück alles dabei. Haufen Salami, zum tubeless flicken. Johoho. Rough da. Mein Rail XTR auf SRAM GX-Axis umgerüstet. Mit dem Upgrade Kit. Super happy mit dem. Jetzt habe ich SRAM Schaltung. XTR Bremse. Wie geil ist es da? Absolut. This is like paradise. Yuu. Haha. Haha. Hier. Look at them all. Haha. Aha. Nice. Yuu. Hahaha. Ah. Pretty good ride. Yuu. Haha. So geil wenn der so breit ist. Und man kann gefühlt nebeneinander fahren. So sind wir mega Probleme gehabt. Um den Trail zu finden. Da haben wir aber auch ein bisschen andere Routen gefahren. Ein bisschen Zusatzschleifen. Bis wir dann hierher gekommen sind. Hier ist es ziemlich gut gegangen. Es hat eigentlich überall so Wegweiser. Das ist eigentlich super angeschrieben. Super angeschrieben. Yes. Die progressive Federe, die ich jetzt in der Hand von Crane Creek fühlt sich super nice an. Das ist vor allem die Idee, weil die normale Velos, die alle mit Luftdämpfer kommen, sind natürlich lineare Rehmann eigentlich. Und sind eigentlich für einen progressiven Luftdämpfer gemacht. Und darum ist ein lineare Coildämpfer gar nicht so gut. Oder halt komplett etwas anderes. Darum gibt es da diese progressive Stahlfedere. Yuuu. Und so bin ich am Ausprobieren gerade. Ich hatte vorhin eine 550er hatte. Durchgehend von SLS von Fox. Und jetzt habe ich eine 500er bis 610er drin. Und es fühlt sich recht gerne. Ich habe das Gefühl, man merkt wirklich, dass es am Anfang schön fein ist. Schön weich eher. Fast ein bisschen zu weich jetzt. Für so Sprüngen und Compressions und so. Man könnte also eher höher anfangen und dann progressiv werden. Aber man merkt wirklich, dass es so tut. Am Anfang schön weich. Und dann wird es zu hart. So. Jetzt gehe ich da mal voraus. Bin ich wieder unter Druck gesetzt. Ui. Jetzt aber, wenn es schnell wird. Fühlt es sich noch mal viel besser an. Holy shit. Ich habe die Compression. Vor allem Low Speed ein bisschen zu tun. High Speed sowieso. Dass ich nicht so einsacke. Jetzt sowieso mit dem schweren Rucksack. Kameran drin. Und alles für die ganze Tour. Sicher nicht schlecht. Perfektes Training für Tour de Moblo. Werde ich dieses Jahr auch wieder mitfahren. Bin angemeldet. Rätle mal, wer mein Partner ist. Ich fahre immer im zweiten Team. Dieses Jahr neue Partner. Im ersten Jahr bin ich mit Luis gefahren. Im zweiten Jahr, wo ich leider nicht fahren konnte. Wäre ich mit Katte gefahren. Und dieses Jahr ist etwas Neues am Start. Im Grand Canyon von Frankreich unterwegs. Die ist wirklich stark. Hahahaha. Yo. High Speed. Was sind das? Nein, ich weiss nicht. Schlecht mit Bäumen. Lass mich meinen Bruder fragen. Ich würde das sicher wissen. Alle wissen das. E-Bike Rennen. Also nur die Tour de Moblo angemeldet. Sie haben dieses Jahr eine neue Route. Bin gespannt. Extrem schön von der Landschaft her. Sie haben aber eigentlich noch mehr E-Bike Rennen. In der Bike World Tour. Aber da habe ich mich nicht angemeldet. Ich werde auch mal noch ein Wochenende frei haben für mich. Yes. Wir nähern uns wieder der Hauptstrasse, wo wir zurückkommen. Wir sind wieder auf dem Rückweg. Da vorne rechts geht er nachher die Strasse hinterher. Und es nachher ins Doppel geht. Und dann wieder hoch zu den Black Hills, wo wir die Autos haben. Gar nicht so schlecht aufgegangen mit meinem Akku. Noch 48% rein. Dann kommen wir dann nachher nochmal auf ein Adventure. Ich würde sagen, wir sehen uns beim Bus. Das wäre es gewesen von dieser Runde. Wir sind schon wieder zurück. Noch 23% Akku im Velo. Und nach 1730 Höhenmeter sind wir alle komplett fix und fertig, oder? Nein. Geht schon. Was für ein Zufall, dass ich die Jungs hier getroffen habe. Und dass wir ungefähr auch gerade den gleichen Plan haben. Sie wollen morgen auch nochmal da bleiben. Mal morgen machen wir vielleicht ein bisschen Fotoshooting dorthin. Wenn das Licht geil ist. Und dann begeben wir uns morgen auf die Suche von The Ridge. Yes. Jetzt die Sonne noch geniessen. Ausklingen lassen. Und dann sehen wir uns morgen. Peace out! Tschüss. Tschüss.